Hey Leute und herzlich willkommen zurück zum Einrichten eures eigenen Servers. Heute geht es weiter, genau da wo wir letztes Mal aufgehört haben. Das heißt, schaut euch die anderen Videos an, falls ihr noch nicht so weit seid. Und zwar, was wir gemacht haben, war, wir haben uns im ersten Video bei hkhosting.de, Link in der Beschreibung, wie jedes Mal, haben wir uns eine Domain gemietet, im zweiten Video einen Server gemietet und dann sind wir durch das Webinterface gegangen, was das hier ist. Ganz kurz nochmal, wie ihr da hinkommt, einfach vserver.hkhosting, ihr habt eine E-Mail bekommen, da steht auch das alles drin und wir haben es im letzten Video auch gemacht. So, das heißt, wir sind jetzt hier und was wir wollen ist, wir wollen uns über VNC einloggen. Dazu gehen wir hier einfach mal auf VNC, ich habe hier ein bisschen was gesperrt, sonst würdet ihr hier mein Passwort sehen können, was nicht so cool ist. Ihr müsst nicht irgendwie tight VNC oder sowas, wie hier unten steht, runterladen, sondern ihr könnt ganz einfach über dieses Webinterface hier gehen, über den HTML5 VNC Client, das ist ziemlich nice und sehr, sehr viel Zeitsparender. Vor allem ist es aber für Linux, für Mac und für Windows gedacht, das heißt, ich muss nicht drei Videos machen, sondern es reicht ein Video. Und zwar gehen wir jetzt hier einfach her und klicken auf HTML5 VNC Client SSL und dann landen wir hier. Super, und das heißt, wir müssen nichts über die Kommandozeile machen oder sowas, sondern wir landen direkt auf unseren Server. Aber wir müssen ja auch uns nicht merken, was wir für eine IP hier bekommen haben, also das hier oder den Port. Und das Passwort müssen wir auch nicht haben, nur zum Einloggen. Wir sind direkt hier und was wir jetzt hier machen können, ist, wir können uns als Root anmelden. Das heißt, wir wollen unseren Server administrieren. Und ja, also wie gesagt, wir müssen hier auch nicht warten oder sowas, bis der Server irgendwie installiert ist oder sowas, sondern das passiert alles vollautomatisch. Das heißt, ihr könnt sofort mit diesem Schritt hier weitermachen, wenn ihr letztes Video schon das Webinterface gesehen habt. Und ja, was wir jetzt machen wollen, ist, wir wollen uns als Root anmelden. Das heißt, wir sagen hier Root als Login und das Passwort, das ihr entweder hier bekommen habt oder wenn ihr meinem Rat schon gefolgt seid im letzten Video, dass ihr es geändert habt im Webinterface, dann dieses Passwort, auf jeden Fall das Root-Passwort, einfach eingeben. Und dann landet ihr hier. Super. Und jetzt sind wir eigentlich schon soweit. Wir können hier alles machen, was wir mit einem normalen Linux auch machen können. Ähm, zweite Möglichkeit, euch einzulocken, wäre über Putty, werden wir gleich noch drüber reden. Ähm, aber ihr könnt hier schon jeden einzelnen Befehl ausführen, den ein normales Linux auch kann. Das heißt, ihr könnt sowas machen wie LS oder CD oder all diese Sachen. Also, ich zeige es euch gerade mal einfach. LS eingeben, ist nichts da. Okay, CD. Naja, wohin wollen wir denn gehen? Wir geben ja nichts ein. Aber ihr könnt machen, was ihr wollt. Ihr habt sozusagen ein leeres Betriebssystem zur Verfügung und könnt jetzt hiermit alles machen, ähm, was ihr so machen wollt. Wunderbar. Ähm, jetzt ganz kurz zu diesen Befehlen, LS, CD, was weiß ich, was alles. Ähm, die gibt es alle bei mir in der Linux-Playliste. Das heißt, ihr schaut einfach mal kurz da vorbei und dann kommt ihr hier als Linux-Profis wieder zurück. Nein, natürlich müsst ihr nicht alles wissen. Wir werden das auch Schritt für Schritt machen, aber so ein paar Grundbefehle solltet ihr kennen. Ähm, aber nicht allzu viele. Okay, so, was wir jetzt machen können, ist hier, wir können zum Beispiel Sachen installieren mit App-Get. Ähm, wir können aber auch erstmal nach Updates suchen. App-Get-Update, äh, App-Get-Update sucht uns Updates einfach mal von Online-Quellen. Und das macht es natürlich auch komplett automatisch. Das heißt, ihr müsst nicht wie bei Windows irgendwie warten, bis alles, äh, gemacht ist. Oder ihr müsst nicht jedes Programm separat überprüfen, sondern ihr könnt ja einfach für alle Programme einmal kurz durchgucken. Aha, gibt's Updates oder gibt's keine? Und in unserem Fall gibt's natürlich keine, weil die Server natürlich sofort auf dem aktuellen Stand gebracht werden. Ähm, und natürlich auch sofort vollautomatisch für euch verfügbar sind. So, was wir hier auch noch sehen ist, äh, ja, ganz klar. Ähm, wir haben hier keine grafische Oberfläche, sondern wir haben hier einfach nur so eine Kommandozeile oder Command Line, wie man's nennt. Ähm, und da müssen wir uns dran gewöhnen. Das ist leider normalerweise so bei einem Server. Warum ist das so? Naja, wir wollen auf unserem Server irgendwelche Sachen laufen lassen, die nicht unbedingt ein gutes Interface brauchen, sondern die einfach möglichst schnell sind, damit wir viele Sachen davon laufen lassen können und der Server für uns möglichst billig ist, logischerweise. Und deswegen haben viele Sachen, zum Beispiel auch das Betriebssystem, keine Benutzeroberfläche, sondern nur eben diese Kommandozeile hier. Und ja, mit dieser Kommandozeile, äh, kann man aber eigentlich alles machen, was man braucht. Zum Beispiel auch einen Web-Server einrichten und das werden wir alles uns noch angucken, keine Sorge. So, ähm, die zweite Möglichkeit, euch einzuloggen, wäre über SSH, also in Windows über Putty und in Linux einfach so über SSH über die Kommandozeile. Ähm, wobei wir das jetzt nicht jetzt machen werden, sondern erst, wenn wir es brauchen, zum Beispiel zum Dateien übertragen oder sowas, werden wir SSH benutzen. Ähm, aber ja, gut, das ist es auch schon wieder von meiner Seite. Ich hoffe, es hat euch erstmal gefallen. Jetzt könnt ihr hier ein paar Linux-Befehle ausprobieren und mal schauen, was euer Server so kann. Gut, dann hören wir uns beim nächsten Mal, wenn es dann tatsächlich an die praktischen Sachen geht. Und ja, bis dann. Ciao.